Das Kleid der Herzogin steht euch übrigens ausgezeichnet, Milady. Sie trug es noch gestern beim Petting mit dem Hofnamen. Oh, Sie haben eine Frau. Hat sie. Wo ist sie denn jetzt? Hängt draußen. Sie haben sie draußen gehängt? Warum denn das? Hier drin war leider kein Haken. Aha. Zweimal Pizza 33 für die William das letzte? Auf den Ritter von hinten. Cheers!